So, da sind wir auch schon bei der nächsten kleinen Tagesaufgabe, nämlich Zerstöre Sticks Restaurant Deko. Dafür müssen wir nach Regeclips. Ist markiert, aber ich bin ganz ehrlich, selbst ich habe sie nicht gefunden, weil ich dachte eigentlich, dass es irgendwo außerhalb wäre oder hast du nicht gesehen. Und bevor ich euch natürlich jetzt, bevor wir gleich unten sind, ihr seht ja, ich bin jetzt 96 und nein, ich habe nichts gekauft. So, wir gehen jetzt mal Richtung netten Restaurant. Ah, der Kleider, der ist schon irgendwie nice. Eigentlich mag ich diese Kleider nicht, aber der ist schon nice. So, denkt dann, wir müssen in Regecliffs landen und natürlich im Hauptgebäude. Und dann zeige ich euch nämlich, was da wirklich gesucht wird. Ich dachte nämlich erst hier außen, die Deko, aber wenn man sich die Aufgabe genau durchliest, dann weiß man auch Restaurant Deko. Und das ist ja die Deko vom Haus und nicht vom Restaurant. So, wir gehen schnell rein. Und denkt dann, wenn ich euch schon helfen konnte, gerne ein Abo da lassen, Like da lassen natürlich. Oh nein, wieso ist hier ein Gegner? So, die Kugeln müssen wir kaputt, Mann. Na? Ist das jetzt, das ist doch jetzt hier nicht wahr, oder? Warum landet denn da einer? Aber diese Kugeln müssen wir zerstören. Denkt mich doch am Besen. Aber ich setze mich dann hin, gehe dann nochmal dahin. Wie gesagt, diese kleinen Fische müsst ihr dann halt zerstören, die quasi um... Och Leute, was ist denn hier los? Also, weißt du, wenn du landest und willst schon Kills machen, findest du keinen? So, denkt dran, diese kleinen Fischkopfkugeln im Restaurant selber, die müssen zerstört werden. Und wenn ich euch helfen konnte, gerne ein Like da lassen, gerne ein Abo da lassen, gerne auch Creator-Kug eintragen. Und in dem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns bei den nächsten Aufgaben und haut rein!